Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war da doch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Bockwurst King mit einem Shiny Pantimimi, wie man hier sieht, was wohl wirklich eines der seltensten Shinies der ganzen Welt ist. Und einen Tag später war es dann plötzlich meins, muss man offen und ehrlich zugeben, also Grüße gehen raus an den Bockwurst King, der mir das Shiny Pantimimi vermacht hat. Dafür habe ich ihm auch drei saftige, fette andere Shinies gegeben, die mich jedes Mal 80.000 Sternenstaub gekostet haben, aber ihn selber natürlich auch. Dann habe ich einen Shiny Magpie gebrütet, ich kriege nur sowas, habe ich geschrieben, bestimmt schon zum fünften Mal oder so. Also wenn ihr einen Shiny Magpie braucht, schreibt es mich an und dann schicke ich euch das mit der Post. Dann habe ich was gesehen, eine, ich weiß gar nicht was das ist, ob das einfach nur so eine Fanart war oder ob das eigentlich mal in Planung war, ein Baby-Tour-Talk. Das sieht doch richtig genial aus mit dieser Blase aus der Nase heraus und aus dem Panzer hinten. Ich glaube wir haben Besuch. Ah, der Adi ist schon wieder da. Dann habe ich was gebrütet auf dem kleinen Account, ein 100% Rabauts, alle Werte auf 15% und ihr wisst ja, der höchste Wert entscheidet, was es wird. Ob es ein Kikli, Nocchan oder Capoeira wird, aber wenn alle Werte gleich sind, ist es also wieder reiner Zufall. Ihr habt also eine 33,33 periodisch prozentige Chance auf Kikli, Nocchan und eben Capoeira. Dann der Tim hat mir ein 100% erlöstes Trattini geschickt aus dem Rocket Stop und Rocket Stop natürlich jetzt auch wieder ganz wichtig. Da tut sich ja in letzter Zeit so viel und immerzu gibt es was Neues dazu. Also ein 100%iges Trattini Level 25. Habe schon ewig keinen Rocket Stop mehr gemacht, habe ich dazu geschrieben. Was sich aber demnächst ändern wird, dann vom Brain, vom Herrn Schlurig einfach. Markus, jetzt wird es ernst, du bist im Voting. Die haben nämlich irgendwie einen Stop eingereicht im Thema, lebendiges Relaxo am Markt. Und ich habe ja schon viel Blödsinn gesehen, der da getrieben wird mit dem Niantic Wayfarer. Aber hier seht ihr, der Markus als Pokestop im Thema ist sogar im Voting. Also wenn der durchgeht, dann fresse ich einen Besen. Normal muss man das ja ablehnen wegen lebenden Personen. Aber ein Thema wäre nicht Thema, wenn da nicht irgendwas passieren würde. Sieht man hier auch beim Shiny Nägelmon, der hat nämlich schon wieder einen Shiny Sichlor bekommen. Dann der Alex Hoffi, weil es so schön ist. Ein Shiny Sneebel. Aber Mann, so langsam nerven die Dinger, habe ich ihm auch gesagt. Weil jeder postet mir jeden Tag 10.000 Shinies Sneebel, weil die jedem einfach überall hinterher geworfen werden. Dann richtig genial, bevor angekündigt wurde, was jetzt also der Feldforschungsdurchbruch für Dezember ist und wie es weitergeht, ist ein Bild rumgegangen, dass es ab jetzt dann also Evoli mit Weihnachtsmütze gibt. Was auch schreinig sein kann. Viele fanden das sogar richtig cool. Natürlich also eigentlich nur ein Scherz, weil Evoli die ganze Zeit drin war und alle genervt waren. Evoli, wer braucht das? Wir wollen was Besseres, wir wollen Legendäre oder wir wollen was Neues. Das wäre auf jeden Fall was Neues gewesen, denn Evoli mit Weihnachtsmütze gab es bis jetzt noch nicht. So, dann haben wir natürlich einen neuen Stop bekommen, oben bei der Fußballanlage, Multifunktions-Sportanlage, so heißt das ja. Da könnt ihr nämlich nicht nur Fußball spielen, sondern auch noch Basketball. Ihr könnt natürlich auch Wrestling drin machen und euch in der Gegend rumschmeißen. Aber der Bobserob aus dem Fünfer-Ei noch mit einem Vermikula, wer noch keins hat, schreibt es mal in die Kommentare. Nein, wer schon ein Vermikula gebrütet hat oder gefangen hat, schreibt es mal in die Kommentare. Ist ja das Kontinentale aus der fünften Generation zusammen mit Furnichfraß. Saß bei mir vor der Tür, armes, kleines, goldenes Hundi vom Kenny ein Shiny-Pfiffchen gefangen. Das war nämlich noch alles im Halloween-Event, genau wie der Nagelmon mit einem Shiny-Zobiris, einem Shiny-Driftlon ebenfalls. Dann der Gepha hat bei mir vor dem Haus einfach mal ein Golbit gefunden, ein wildes Golbit. Das hat er selber auch noch gar nicht gehabt, hat sich da aber gegönnt, hoffentlich, mit gelber Beere und ein bisschen getradet, wie man hier sieht. Hat er ein paar Lucky-Pokémon bekommen, Pornita mit 84%, Pikachu mit Kostüm 97%, ist also bestimmt ein 98%. Lepomendas 84%, Tentara 82%, Schuppet 80%, Driftlon 88%, also das Highlight wahrscheinlich das Pikachu mit 98%. Der Emil hat einen Shiny-Isso gebrütet, auch richtig genial. Mitchell mit einem Shiny-Schuppet, der Bockwurst-King, guten Morgen-Shiny mit einem Shiny-Skorkler und auch einem richtig guten Level, wie man sieht. Dann gab es die Medaillen für die kolossale Entdeckung. Pogfreak Red hat mir das geschickt, meine habe ich da jetzt nicht extra nochmal mit reingenommen. Dann der Tim, einer der letzten Dark-Reihe-Rades, die er gemacht hat im Halloween-Event mit einem 100%igen Dark-Reihe noch. Das wäre genial gewesen, aber ich habe mich ja zurückgehalten, da das ja sicherlich nochmal kommen wird, auch als Shiny oder bei was anderem. Vielleicht nächstes Jahr Halloween, wir wissen es nicht. Dann der Gandalf Julius, auch im Halloween-Event mit einem Shiny-Pikachu mit Kostüm. Richtig genial, Mützenmann, gerade hintereinander gefangen, ein Shiny-Nebulak und ein Shiny-Makuhita. Dann der Pogfreak Red hat uns nochmal gezeigt, die Baby-Geister, wie süß die doch aussehen könnten, wenn sie nicht so böse und gebeint wären. Das ist auf jeden Fall ein cooles Bild gewesen. Nochmal der Bockwurst-King mit einem Shiny-Zwirrlicht. Dann ging es schon langsam los. Das Regi-Gigas-Event, wenn man es so nennen will, die globale Dings-Booms, wurde eingeführt. Damit eben auch Panzer Aeron als Shiny. Und eins der ersten, die ich hatte, war eben auch ein Shiny-Panzer Aeron. Mittlerweile rennt jeder Zweite in meiner Freundschaftsliste mit einem Shiny-Panzer Aeron rum. Dann der Gefer wieder hat ein Alola-Wulpix gebrütet als Shiny mit einem Ei aus Budapest. Richtig genial. Habe ich doch gerne gemacht. Letztens hat sich nämlich die Dany-Sahne, glaube ich, noch bedankt, weil die auch ein Shiny aus einem Budapester Ei bekommen hat. Hat sich da bedankt. Jetzt der Gefer also. Budapest. Immer gute Eier. Die schmecken am besten, sage ich euch. Dann Pupsi hier mit einem Bild von den drei Regis natürlich. Die drei Mülltonnen. Ihr wisst ja, ist natürlich amerikanisch. Denn wir haben ja gar keine Grüne. Habe mich nämlich gewundert die ganze Zeit, was das Grüne sein soll. Dann der Mitchell. Aus dem Feldforschungsdurchbruch nehme ich mal an. Ein Arctos mit 14, 14, 14. Auf jeden Fall sehr genial. Kann man sogar mal pushen oder einfach so lassen. Muss man nicht. Was macht man damit? Man benutzt eh keinen Arctos. Also bitte nicht pushen. Das ist verboten. So kann jeder Tag beginnen. Zeigt uns hier die Terrorzicke. Die hat hier ein Shiny-Traumato. Sogar mit Wetterboost, wie man sieht. Der Pokéfreak Red. In der Nähe von Aschersleben Sachsen-Anhalt. Hat noch ein hundertprozentiges Makabaya gefangen. Das ist also auch cool. Vom Halloween-Event noch. Kann man auch mal mitnehmen. Noch ein Shiny-Quiegel bei der Terrorzicke. Und ein Shiny-Ricky-Steel. Da sind wir wahrscheinlich schon mitten in der kolossalen Entdeckung. Der Mitchell auch mit einem Shiny-Panzer-Aeron. Kotbrot hingegen. Mit einem Nulli. Mit einem Kuli. Also mit einem Quiegel. Mit 0% EV. Null Angriff. Null Verteidigung. Null KP. Gandalf Julius. Mit einem Shiny-Ricky-Eyes. Das war das letzte, was mir gefehlt hat. Ricky-Rock und Ricky-Steel hatte ich dann schon. Aber bei Ice hat sich so der Basen gezogen. Und dabei ist der Unterschied noch nicht mal so groß. Kotbrot auch mit einem Shiny-Ricky-Steel. Cassiopeia oder wie auch immer. Eben aus dem Löwen. Mit einem Shiny-Ricky-Stil. Der Kenny nochmal. Zu gut zum Behalten. Ihr wisst, Nuller werden gesammelt. Aber das hat leider ein KP. Deswegen gleich weg. 2,2%. Cassiopeia noch Nummer 2 Shiny. Jetzt fehlt nur noch eins. Nämlich das Ricky-Rock. Hat ja also 1771. Aber welches Level ist der denn, wenn da das Ding schon bis oben ist hier? Auf jeden Fall Glückwunsch zum Shiny-Ricky-Eyes. Stefan Land-Eye. Oh mein Gott. Bei der Pose bekomme ich ja schon vom Hinschauen Rückenschmerzen. Und das ist auch ein Thema, was viele angesprochen haben. Ich habe die Pose noch nicht mal angelegt. Habe ich wahrscheinlich einfach nur vergessen oder so. Weiß ich gar nicht, wo es die gibt. Müsste ich mir mal angucken in Ruhe. Lege ich mir vielleicht auch mal an. Dann habe nicht nur ich Rückenschmerzen, sondern auch meinen Avatar. Dann der Kenny mit einem Shiny-Kleinstein. Der Thomas. Mit einem richtig fetten Riggi-Gigas. Das ist meins von heute. So ganz unscheinbar. Und haut da auf einmal ein 98%iges raus. Guckt euch das an. 15, 14, 15. Das wird dich sofort hochziehen. An deiner Stelle. Thomas. Bitte, wenn es hochgezogen ist. Es geht davon. Das kommt auf über 4.300. Und besser geht es eigentlich gar nicht. Außer ein Hunderter natürlich. Das im Gegensatz dazu war natürlich Mainz mit 18,24. Hatte Verteidigung auf 15. Sonst eigentlich uninteressant. Dann gab es wieder ein paar neue Stops hier. Der Pavillon da beim Oma-Park. Wie er liebevoll genannt wird. Dann Pupsi. Gestern 38 Raids gemacht. Leider nur ein Shiny-Eis bekommen. Aber dafür gab es noch den Burschen. Mit einem 100%igen Regi-Stil. Also das schlechteste und nutzloseste von den drei Regis. Aber 100%. Nehmt man natürlich gerne mal mit. Dann Pupsi auch mit einem Shiny-Panzer-Aeron. Dann eins von den Shinies, die ich dem Bockwurst-King gegeben habe. Ein Shiny-Anton, was glücklich geworden ist bei ihm. Glückwunsch dafür. Bobserob schon wieder mit einem Shiny-Click. Der hat bestimmt jetzt auch schon sein... Drittes? Wenn nicht, aber mindestens sein zweites. Shiny-Click auf jeden Fall. Stefan Landei mit einem Glücks-Lichtel. Auch sehr cooles Pokémon natürlich. Auch Hochzehens, gute IV hat. Pokefreak Red mit einem Shiny-Magnetilo. Dann aus dem Stefan Landei seiner Gruppe. Nicht von ihm selber, aber aus seiner Gruppe. Wurden da irgendwie zwei Shiny-Macholo getauscht, hat er mir gesagt. Sind beide beim Glückstausch natürlich lucky geworden. Und haben beide 100% bekommen. Also beides seien gleichzeitig das gleiche Pokémon mit 100%. Das ist natürlich auch richtig stark. Dann der Kenny nochmal mit einem Shiny-Magnetilo. Der Bockwurst-King. Was die wohl planen? Ihr seht das schon. Drei Stunden Lunior. Und was haben sie geplant? Ein Shiny! Beim Robby nämlich. Die haben das Shiny nur bewacht, habe ich dann irgendwie gesagt. Dann bei Mitchell ein Rex-Blizzard. Ein 100%iges. Und ist das auch aus der Forschung vielleicht? Hat er aus der Forschung ein 100%iges Rex-Blizzard bekommen? Dann sagen die Leute noch, das Ticket hat sich nicht gelohnt. Das ist mal ein Spawn, schreibt der Pokefreak Red. Wo ich sagen muss, nee, wenn ich mir Spawns angucke, da sitzen da 100 Sachen rum. Aber das, das sind ja gerade mal vier. Das ist daran krass. Das ist, warum habe ich das Bild überhaupt mit reingenommen? Guck mal, Pikachu. Ach nee, das ist er selber. Fünf sind es ja. Da ist ja noch ein Studio dahinter. Okay. Dann ein... Oh. Die Kinder mal bitte weg gucken hier. Die Rachel. La Croix ist in Detroit. Keep giving me your candy, but I won't evolve for you. Sieht auf jeden Fall lustig aus mit diesem Carvador-Hoot. Mit dieser Carvador-Mütze. Ramses, dein Lustmulch. Jetzt neu auf YouTube. Bockwurst-King noch mit einem shiny Stelunior. Mary Ann, wo ich immer noch nicht weiß, wer das ist. Mit einem shiny Mushas. Dann, was habe ich jahrelang mit dem Sly, also mit dem Silvester Stallone, darauf hingearbeitet, dass wir nur noch einen Tag brauchen für den Levelaufstieg zu Hyperfreunde. Und dann haben wir gesagt, nehmen wir mal ein Geschenk auf, dann können wir am C-Day dann den Levelaufstieg machen. Hat er vergessen. Danach haben wir irgendwie aus Versehen, waren wir in derselben Lobby. Dann haben wir gesagt, oh, beim Raid ist ja heute schon aufgestiegen, dann muss ich das Geschenk gar nicht mehr machen. Aber gesagt, alles klar, merken wir uns, ne. Machen das dann, wenn der C-Day ist, den Levelaufstieg. Jetzt war X-Ray am Schwimmbad, alle gehen rein. Er ist auch wieder mal bei uns mit in der Nobi und plötzlich, boom, Hyperfreunde. Hat er es leider nicht ins Video geschafft, aber dafür habe ich ihn abgescreent. Dann habe ich mir hier halt eben erwähnt. Nädelmon nochmal, shiny Rigi-Eyes, Pokefreak Red, Sechser-Team, wie so am Start, richtig fett. Bruder, guckt dir das an. Aber das eine ist ja schon entwickelt, ne. Ist ja schon wie Senior. Und ihm nur so noch alle maxen. Dann ist es erst richtig krass. Dann nochmal eben, wie sich die Leute alle lustig gemacht haben. Über das Bild, über die Pose, wie die Wirbelsäule einfach komplett verschoben ist. Also, was Niantic sich dabei wieder gedacht hat. Der Ben aus Brodach ist endlich Level 40 geworden. Glückwunsch dafür natürlich. Cassie Opea auf die 100er-Mage erstmal ein angemaltes Formio erhalten. Enthalten? Und das sieht es auch, das sieht immer aus wie so ein Hodensack. Keine Ahnung. Habt ihr auch shiny Formio? Schreibt es mal in die Kommentare. Malachan, auch mit einem Shiny Ebolie. Diesmal ohne Blumenkranz. Gibt es wohl wieder Wild. Poke-Free-Red, auch mit einem Shiny Ebolie. Auf dem kleinen Account. Also, scheint es wirklich Wild zu geben. Shiny. Aber so schnell gleich Shinies hinterher geballert. Kenny, mit einem Shiny Togobie. Auch gebrütet. Dann habe ich endlich mal meinen Lucky Trade gemacht. Habe ja auf dem einen auch noch einen Regirock gehabt. Habe jetzt also Regirock. Wieder mal als Lucky Dex Eintrag mir geholt. Mit dem Shiny. So wollte ich das ja bei den Legendären zumindest machen. Bei den Klötzen und so weiter. Dann der Alex Hoffi, weil es so schön ist. Shiny Quiegel. 100% erlöstes Bisasam. Shiny Amonitas. Shiny Minun. Ich kann es einfach nicht lassen. Und dann hier vom It's Lucas. Ein Lucky Scalabra mit 15 Angriff. 15 Verteidigung. KP leider nur auf 12. 11 oder 12. Schreibt es mal in die Kommentare, ob das 11 oder 12 hat. Auf jeden Fall Glücks-Pokémon. Und die zwei wichtigen Werte auf 15 würde ich auf jeden Fall hochziehen. Ist ja sogar fast schon bis oben. Wenn ihr euch mal den Bogen anguckt. Und der allerletzte Thiago. Also der Killer. Mit einem Shiny Regi-Rock. Mit einem Shiny Regi-Stil. Mit einem fetten Regi-Gigas. Und sogar mit einem 100%igen Regi-Stil. Der hat also richtig abgesahnt natürlich. Nägelmon wieder Shiny-Tanzer. Gerade ausgeprügelt. Und jetzt ganz frisch von abends. Das Video nehme ich nämlich am Dienstagabend auf, dass ich euch das Mittwoch frisch und knusprig präsentieren kann. Es gibt jetzt ab sofort Shiny-Mauzi als Shadow-Pokémon. Beziehungsweise Krypto-Pokémon. Sprich, wenn ihr das erlöst. Habt ihr dann ein normales Shiny-Mauzi. Obwohl normal auch nicht. Weil da ist ja dann der Schatten dran. Wurde jetzt von etlichen Quellen auf jeden Fall gepostet. Und berichtet. Auch PokéZone hat da glaube ich schon was dazu geschrieben. Und das geteilt. Ging auf jeden Fall auch ein kleines Video rum. Und hier seht ihr nochmal. Cliff was defeated. Shadow was caught. Also das muss auf jeden Fall stimmen. Das waren jetzt die Highlights der Woche. Und wir haben natürlich noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt vom Gandalf Julius. Denn heute war der allererste Tag, wo es Kobalium in den Fünfer-Raids gab. Ich bin heute rausgegangen. Hab ja ein Fünfer-Raid gemacht mit Kobalium. Hab ja geschworen, dass ich wirklich, wenn das Ding da ist, jeden Tag nur einen Raid davon mache. Weil das ist nicht so krass. Und das kommt ja irgendwann als Shiny sicherlich wieder. Und der Gandalf Julius einfach mal haut hier heute am ersten Tag, wo das Kobalium da ist. Ein 100%iges Kobalium raus. 15 Angriff, 15 Verteidigung, 15 KP. Also wenn ich so ein zähne, würde ich es aber auch hochziehen. Das würde sich dann wieder lohnen für die Sammlung. Auf jeden Fall richtig fette Sache. In der Nähe von Herbststadt, Bayern, Deutschland gefangen. Oh, eine Bauchfussel. Die kommt weg. Und auf jeden Fall richtig, richtig fette Sache. 100% Kobalium direkt am ersten Tag. Wenn nicht sogar mit Pokedex-Eintrag. Und erster Raid. Vielleicht war es auch der zweite. Auf jeden Fall Glückwunsch, Gandalf Julius. Das war der Schocker der Woche. Das war Raider Mittwoch. Und schickt mir Bilder. Ich suche mir Bilder. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.